Du sehnst dich nach Ermutigung, nach einem Wort, das dich motiviert in der Krise? Herzlich willkommen zu Mut für heute, mein neues Format der Atempause, wo ich in der Regel täglich in etwa sieben Minuten ein Wort der Bibel auslege, das uns eine Verheißung mit auf den Weg gibt, das uns Mut macht, das uns motiviert. Dazu also von ganzem Herzen willkommen. Was ist das Geheimnis eines Adlers? Wie kommt das, dass dieses mächtige Tier mit so wenig Kraftaufwand so enorme Höhen erreicht und so unendlich weit fliegen kann? Was ist sein Geheimnis? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. In Jesaja 40, Vers 31 lesen wir das. Und wenn wir darüber nachdenken, dann befinden wir uns ja mitten in der Corona-Krise, die fast die ganze Welt in Atem hält. Und die Frage, wie schaffe ich es, Kraft zu behalten? Wie schaffe ich es motiviert, weiter zu leben? Wie schaffe ich es, dass ich nicht von Sorgen und Ängsten übermannt werde? Das ist eine ganz gewaltige Frage für Millionen von Menschen und auch für mich und auch für dich. Und da lesen wir im heutigen Ermutigungswort in Jesaja 40, Vers 31 etwas ganz Hilfreiches. So hat das Martin Luther in seinem typischen Lutherdeutsch formuliert. Und ich habe in keiner anderen Bibelübersetzung etwas Griffigeres gefunden, was mir besser gefallen hätte. Hier kommt der Adler vor. Der Adler, der auffährt mit seinen Flügeln. Was ist das Geheimnis? Es ist ganz einfach. Der Adler, der schlägt nicht wild mit seinen Flügeln die ganze Zeit, verliert all seine Kraft und stürzt ab, sondern er weitet seine Flügel aus und er sucht, wo die Thermik ist, wo die warme Luft nach oben steigt und wo er in der Thermik einfach mit nach oben fliegt. Der Adler nimmt genau wahr, wo die Winde herkommen und Gegenwind nutzt er als Aufwind, um weiter höher zu steigen. So kann dieses mächtige Tier, was groß ist, was stark ist, mit relativ wenig eigenem Kraftaufwand, enorme Distanzen hinlegen und zurücklegen. Und es ist wie ein Wunder, dass der Adler die Thermik und die Winde so nutzt, dass er mit wenig eigener Kraftanstrengung weit vorankommt. Und das vergleicht der Prophet Jesaja mit den Menschen, die auf den Herrn harren, die also auf Gott hoffen, die Gott vertrauen. In diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ist das wie eine ganz große plakative Erinnerung der Bibel. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen, dass wir auf ihn hoffen. Wie können wir das ganz konkret machen? Wie können wir auffahren mit Flügeln wie ein Adler? Indem wir Momente der Ruhe suchen, alles abschalten, uns eine stille Ecke suchen oder allein spazieren gehen und anfangen, mit Jesus Christus zu reden. Alleine oder, wenn wir mit jemandem zusammen sind, vielleicht auch gemeinsam, zu zweit oder maximal zu dritt. Und dass wir dann unser Herz ausschütten im Gebet. Dass wir wirklich sagen, was uns bekümmert, was los ist im Einkaufszentrum, was los ist auf der Arbeit, was mit den Kindern alles wieder passiert ist und wie der Stresslevel so hoch ist oder wie die Einsamkeit so erdrückend ist oder wie die Angst so furchtbar das Herz beherrscht. Das Herz ausschütten bei Jesus Christus. Und dann danken für das, was gut ist, damit wir es nicht aus dem Blick verlieren. Danken für das, was gewesen ist, damit wir uns ein Bild davon machen, wie auch in der Zukunft Gott uns helfen kann. Und dann konkret Jesus bitten. Hilf mir beim Einkauf. Hilf mir, mit der finanziellen Zurückstufung klarzukommen. Hilf mir, mit meiner Angst klarzukommen. Hilf denen, die in großer Not sind. Und dann Vertrauen ausdrücken und zu sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Du bist da, du bist gegenwärtig. Deine Möglichkeiten sind größer als meine. Und dann nach diesem Beten nicht Amen sagen und sich wieder der Angst überlassen, sondern Amen sagen im Sinne eines Doppelpunktes und dann die Aufgaben anpacken, die da sind. Sich den Kindern zuwenden, in die Firma fahren, die Aufgaben erledigen. Denn Einkauf, das, was den Arztbesuch ausmacht und all das, was an Schwierigkeiten da ist, anpacken. Gott wartet darauf, dass wir anpacken und auch, dass wir uns anderen zuwenden. Wenn wir laufen und nicht müde werden wollen, wenn wir nicht matt werden wollen, dann setzt das voraus, dass wir in Bewegung sind und dass wir die Thermik Gottes benutzen können, dass wir den Aufwind benutzen können, um Kraft und Mut zu haben für heute. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufwahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen Jesu Christi, dass du meinen Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt hilfst, den Weg zu dir zu suchen, bei dir die Thermik zu finden, bei dir den Aufwind zu finden, das Herz auszuschütten, die Aufgaben mit dir zu besprechen und dann im Vertrauen zu dir loszulegen. Darum bete ich dich, Herr, für mich und für uns alle für heute. Amen. Wir haben dieses neue Format, Mut für heute. Das ist ab jetzt täglich, in der Regel täglich in sieben Minuten und wir haben natürlich jeweils am Sonntag die Mutmach-Botschaften. 25 Minuten eine Botschaft mit Substanz, die uns helfen will, durch die Krise zu kommen. Gott segne dich und vergiss nie, es gibt gute Gründe zu hoffen. Bis bald.